Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Bananeninsel. Es ist Dienstagnachmittag, ich bin hier oben auf dem Berg unterhalb von mir, der Dur del Thieme. Blickrichtung direkt hier auf den Vulkan. Graue Aschewolken über dem Vulkan, der Hauptschlot soll wieder aktiv sein. Viele Erdbeben während der Nacht an diesem Morgen, ich spürte mehrere Erdbeben immer wieder. Ich habe da gleich euch auf Twitter informiert darüber. Die Erdbeben waren leicht zu spüren, keine starken Erdbeben, aber es ist halt immer was los und es beunruhigt einen einfach etwas. Die Luft momentan super, leichter Wind, milde Temperaturen, etwas bewölkt. Die Temperatur hier aktuell gemessen direkt am Boden, 27,5 Grad. Wahrscheinlich ist die Temperatur etwas niedriger, aber generell warme Temperaturen. 38% Luftfeuchtigkeit. Schauen wir uns das Aridane-Tal an. Hier ganz oben links im Bild seht ihr den Mirador del Thieme. Dann mittig im Bild die Caldera. Wunderschöner blauer Himmel, gestochen scharfe Felsformationen hier. Der höchste Berg hier auf der Insel ist der Roque de los Muchachos. Die Kamera schwenkt weiter. Hier ins Bild kommt Los Janos oberhalb El Paso. Überhalb von El Paso der Bergrücken. Dort hängen die Wolken sehr tief. Jetzt kommt der Vulkan ins Bild. Sehr aktiv, wie man das sehen kann. Aus dem hinteren Schlot sehe ich hohe Lavafontänen herauskommen. Vorne läuft die Lava herunter. Sichtbar mit bloßem Auge am helllichten Tage. Ihr könnt es jetzt hier selbst sehen. Und weiter schwenkt die Kamera Richtung Atlantischer Ozean. Hier das Städtchen Tazacorte. Die Lavaströme zwischen den Bergen La Laguna und Todocke. Und dann hier unten die gemündeten Lavaströme, die bereits ein Lava-Delta hier im Meer gebildet haben. Ungefähr 40 Hektar neues Land hier, gebildet durch Lava im Atlantischen Ozean. Bericht zum Vulkanausbruch am Dienstag, den 30. November. Viele Erdbeben rund um die Uhr. Davon konnte ich einige leicht merken. Die Erdbeben sind nicht stark, aber man merkt, dass da etwas ist. Ein Grummeln, das durchs Haus zieht. Scheiben vibrieren leicht. Der Hauptkegel des La Palma-Vulkans wird wieder aktiv. Mehr als 20 Münder. Öffnungen auf einem Kilometer. 121 Erdbeben am frühen Morgen. Seismizität ähnelt der der kompliziertesten Tage im Oktober. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen, die auf die Insel La Palma reisen, um den Vulkan zu sehen, steigen wird. Die Analysen belegen, dass das Wasser in den Gebieten neben den Lavaströmen des Vulkans zum Verzehr geeignet ist. Das National Geographic Institute hat in den frühen Morgenstunden des Dienstages 121 seismische Bewegungen auf La Palma geortet, von denen eines die Stärke 4.1 erreicht hat und das um 6.42 Uhr in El Paso in 40 Kilometer Tiefe. Ein weiteres war heute Morgen um 10.54 Uhr der Stärke 4.2 Uhr. Auch dieses habe ich deutlich spüren können. Damit ist die Seismizität wieder ähnlich der der kompliziertesten Tage des vergangenen Oktobers, so der IGN-Vulkanologe Ruben Lopez auf seinem Twitter-Account. Allerdings stellte er klar, zum Glück ist der Tremor jetzt viel schwächer. Mehr als 20 Mündungen oder Spalten haben während des 72-tägigen Vulkanausbruchs vulkanisches Material ausgestoßen. Einige davon sind mehr als 1 Kilometer vom Hauptkegel entfernt. Während der Veränderung des Vulkanausbruchs wurden die Öffnungen immer wieder aktiviert oder deaktiviert. Zu Beginn des Ausbruchs am 19. September wurden 8 Münder in der Umgebung des Eruptionskegels beobachtet. Am 20. September erschien der 9. auf einer niedrigeren Ebene, was zur Folge hatte, dass Takande evakuiert werden musste. Eine Öffnung war besonders besorgniserregend, weil sie unter einem Haus entstanden ist. Bilder davon waren in den Medien zu sehen. Das ganze Gebiet ist weiträumig evakuiert, sodass es zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Menschen gab. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen, die auf die Insel der Palma reisen wollen, um die Dezemberfeiertage steigen wird. Viele Menschen möchten die Gelegenheit nutzen und den Vulkan selbst sehen. Aus diesem Grund hat der technische Direktor von Pewolka betont, wie wichtig es ist, dass diese Menschen reflektierende Westen tragen, da es viele Menschen gibt, die entlang der Straßengräben zu den Aussichtspunkten von Tahuya und El Time laufen. Vor allen Dingen nachts ist das gefährlich, weil man als Autofahrer die Menschen, die teils auch noch dunkel bekleidet sind, nicht sieht. Und das ging mir jetzt öfter so. Das ist wirklich sehr gefährlich. Diese Westen, die bekommt man hier im Baumarkt. Die gibt es hier überall. Ferreteria heißen die. Eisenwarenhandel. Und dort kosten die ungefähr so 4, 5 Euro. Da kann man sich die kaufen und dann sieht man die Fußgänger wunderbar. Es reicht oft nicht aus, wenn man jetzt sein Handy anschellt und da so ein kleines Lichtchen hat. So eine Weste ist wirklich viel, viel besser und sicher für beide Seiten. Denn als Autofahrer möchte man niemanden unverschuldet anfahren und es möchte natürlich auch niemand angefahren werden. Und bis jetzt ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Und so sollte es doch am besten auch bleiben. Aktuell gibt es immer noch 528 Personen, die in Hotels untergebracht sind und dort jetzt schon seit mehreren Wochen leben müssen. 422 davon wohnen im Hotel Fuente Caliente, im Prinzesshotel im Süden der Insel. 36 in Prenjabaja und 70 in Los Janos de Arredane. Darüber hinaus werden 43 pflegebedürftige Personen in Inselgesundheitszentren betreut. Soweit die Meldungen von heute. Aktuell kann ich beobachten, dass die Aschewolke in südöstliche Richtung zieht und es scheint mir etwas ruhiger geworden zu sein, zu sein hier am Vulkan. Das kann sich aber jeden Augenblick wieder ändern. Ja, wir werden sehen. Heute Abend werde ich wieder hier draußen sein, für euch berichten und wir werden schauen, was der Vulkan macht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bedanke mich für eure freundlichen, bestärkenden Kommentare. Danke für eure Unterstützung. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns. Tschüssle. Ich fühle euch die Segfocused und ich teste so�. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020